5 Gefährdete Tierarten im Hunsertal Pakistan Nummer 1. Makopolo Schaf Die meisten Makopolo Schäfe leben in der Pamir-Region. Nummer 2. Steinbock Steinböcke gibt es auch in Euroasien, zum Beispiel Hunsa. Nummer 3. Schneeleopard Ihr Schneeleopard ist in den Bergen Hunsa heimisch. Nummer 4. Braunbär Ein Braunbär wurde auch in einem Dorf in Hunsa gesichtet. Nummer 5. Rummeltiere Rummeltiere sind relativ groß in Hunsa. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert und erfahrt mehr.